Jo, was geht meine Freunde? Seid ihr wieder am Start, heute mal mit Rocket League. Oh ja, hier hört schon, dabei habe ich den Black Dragon LP und zwar haben wir gestern miteinander gespielt gehabt, also Black Dragon und ich, und wir hatten einfach enorm viel Spaß dabei und dachten, hey komm, lass uns ein Video machen. Wir haben uns auch, weil wir so cool sind, Autos gekauft. Die coolsten Boys. Ihr seht schon hier den DeLorean vom Black Dragon LP und Spadmobile. Bad man, Bad man. Bei mir. Dann würde ich sagen, suchen wir uns doch gleich mal ein Match. Machen wir mal. Doppel? Oh, was habe ich jetzt gewählt? Ja, doppelt habe ich gewählt. PS, wir sind die Besten. Ich habe ja einen Screenshot, der das beweist, ne? Und ein Replay dazu. Das war auch unser einziges gutes Match, was wir gestern hatten. Übertrieben gut. Wie viel waren das? 16 zu 1? Ich glaube 15. 15, ne? Wir sind einfach Dream Team. Jetzt rasieren wir die einfach mal, die Gegners. Die Gegners. So, ähm, fahr du. Okay. Ich hab kein TeLorean. No, ich hab kein TeLorean. Uh, Glanz. Ich hab kein TeLorean. Wow. Ich hab kein TeLorean. Nein. Komm. Bam! Junge Prozent Busch Orscht den Special Moves Xen die Schuhe abarm Wolke Leia Möcke Prozent warum Oh nein 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 und das Bündnis aber noch ist alles wo 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 Oh da kommt er da kommt er noch gleich mal der Turbic Dingsbumst Torbo als Turbic Ah ich bin so ein Idiot Nein Alter Der männliche Scheiße So jetzt Deiner Ich hab kein Turbic Oh Bam So passt zu dir Oh mein Gott Oh 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 Nein Nein Egal Steht nur eins Null Nach zwei Minuten Das holen wir mal Verdun Verdun Bam Ich weiß immer noch nicht warum nicht hier springen Ey Ich krieg den Ball einfach nicht was denn los Dann kriegst du vielleicht mal am Kopf von mir Oh oh Wow Bam Da haben sie ihre Torchance vermasselt He Gott Ey wie so eine Scheiß Spinne oder Fliege gehe ich die Wände entlang ganz ehrlich Du klebst wie eine Fliege an der Scheiße Alter Oh nein nein Oh nein nein Wow sehr schön Black Dragon Neuer Ja man Wally Treffer Das sollte man echt mal auf Twitter so machen Wie du es gestern gesagt hast Wow Was hab ich jetzt gemacht Hatte Hatte Ja Hatte Sie spiel den Englina nirr unter Scheiße und nix irgendwie da einfach rumgespielt Hey warum passt ich immer nach hinten Soll der aufs Tor gehen? Nein! Bam! Ja? Ja, nein! Scheiße! Nein! Nein, der geht direkt aufs Tor zu. Nein, der geht knapp daneben. Jetzt geht er rein. Er kommt direkt auf uns zu. Ich war in der Decke rumgekrabbelt. Wieso? Wieso? Alter, 2-0. Okay, ich mach Vorwart. Okay. Nein, ich komm mit der Steuerung nicht klar. Ich hab kein Turbo mehr. Schon nicht. Ja, komm, komm, komm. Scheiße. Bam. Ich krieg den scheiß Ball nicht, Alter. Ich will einfach wegbämst. So, Fallrückzieher. Jetzt mach ich noch einen Eintragenschuss. Warum puschst du mich weg? Weil ich dich so liebe, deswegen. Ja, mal noch 10 Sekunden. Nein. Nein, 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 nein. Also, wenn das jetzt nicht geil war. Wir sind einfach die Besten. Ich hab Dying Light bekommen. Backfire. Antenne, Dying Light. Ja, das war so mal die erste Folge von Rocket League. Warum erste Folge, weil der verehrte Black Dragon LP und ich uns überlegt haben, dass wir so ein kleines Zwischendurch-Projekt draus machen. Also, hin und wieder mal ein Video drehen. Ich würde mal sagen, was sagt ihr dazu? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Oder hast du noch was zu sagen? Nö. Burning Man. Nö. Okay. Burning Man? Burning Man. Ja, gut. Das erinnert mich irgendwie an die Melk-Mittendrin-Folge. Aber gut, wir schweifen vom Thema ab. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr Bescheid. Und schaut beim lieben Black Dragon LP vorbei. Macht's gut. Haut's rein. Ciao, ciao. Ciao.